Hi, heute ist meine Idee für euch eine rustikale Oktoberfest-Tischdeko, Herbstdeko, eine sehr schöne, in Stimmung gehaltene Deko in Rot-Weiß. Das möchte ich euch heute vorstellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, dieser neue Vorschlag hat euch gefallen und ihr schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Ich danke euch und wünsche euch eine ganz wundervolle sonnige Woche.